Was ist die Hauptaufgabe eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin A, vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht B, arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile C, ändert Gesetze D, betreut Jugendliche vor Gericht Was, Masa, ist die Hauptaufgabe Die Hauptaufgabe Haupt ist die Hauptaufgabe, was 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 ist die Hauptaufgabe ein Richter eine Richterin vertreten vertreten Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht 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 und Wer spricht Urteil Urteil also die Der Titel ist der Titel für den Titel für den Titel. Das bedeutet, dass es die Titel ist. Der Titel ist die Titel für den Titel. Und was macht er? Versteht er die Schriften, die sie in den Klauseln untertitelteilen. Leber nicht so, wie es der Zweig? Leber nicht so, wie sch obscure? Die beste Frage. Greek-C in that in that im Getting Er ist nicht so, was er eigentlich zu ändern? Das ist nicht so, der die Gewinne. Was machen wir? Of course und der die Gewinne. Die Gewinne wird nachher verbehalten? Die Beleidung ist das ein Verhalten zwischen den Berlangeren des Landes. Das ist eines Verhalten im Verhalten der Beleidung. Also ein Verhalten im Verhalten. Der Beleidung ist das Verhalten. Appetien der Beleidung. Also können die Beleidung im Verhalten werden. Das ist das Verhalten der Beleidung. Die Beleidung damals in der Beleidung. Unter dem 11.000 Jahren. Das heißt, die hat die nach dem den Jugendlichen gesprochen. Hochschule er in den Juden bis zum Beispiel Ein Blancen? Wenn man also die Jugendlichenподretern die sind, die Isen sind die Menschen oder die Kinder, die bis zum Ende 2018 sind die Jugendlichen vorgesehen sind, Sie können die Jugendlichen Blessed do, die die Jugendlichen geboren werden ins Spiel und die Wissenschaftler nicht in den Juden sulfurieren. Diese macht es nicht so. Der Bund der Jugend hat eine Art und Weise gearbeitet. Das ist so einVEgenden Verlust. weil sie sich da vorwärts und stecken den Juden. Das ist normal, dass sie der Jugendlichen haben. Das heißt, es kann das nicht so sehr gut funktionieren. Und wenn man die Frage ist, dann ist der zweite Frage der Antwort. Ich wünsche euch die Frage, was ich wünsche euch die Frage. Und dann schreibt 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 euch die Frage. Das war die Frage. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.